Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog und ich bin immer noch in Berlin. Wo ich genau bin, erzähle ich nach dem Intro. Puh puh. Hier sieht es gar nicht nach Berlin aus. Das letzte Mal, wie ich gelaufen bin, war ich auf der Sonnenallee unterwegs, total behebt, aber hier bin ich im Berliner Spreewald, ganz in der Nähe von der Baumschulenstraße und hier ist idyllisch, schön baumig und feldwegig. Hier kann man schön rumlaufen. Jetzt mache ich hier mal eine Stunde und laufe dann wieder zurück. Viel geiler als an der Sonnenallee, wie scheiße das denn. Ich gucke mal, was es hier so gibt. Ja, ich hatte gesagt, ich gucke mal, was es hier so gibt, aber irgendwie gibt es hier nicht so viel. Einfach nur Waldweg, einfach nur Waldweg. Guck mal, da hinten, so ein paar Kilometer nach hinten, da steppt ein Bär auf Berlins Straßen, aber hier ist gar nichts los. Auch mal schön. Aus der Stadt raus und zack ist man im Wald. Nett? Wusste ich vorher gar nicht. Jetzt gucke ich mal, wie weit ich hier komme, ob wirklich nichts kommt oder ob noch irgendwie vielleicht mal Wasser kommt oder so. Wer weiß das. Ich schlafe jetzt seit ca. 25 Minuten mehr oder minder geradeaus und hier ist nix. Es ist immer nur Wald, Wald, Wald. Ich bin schon in Brandenburg, da ist auch nix. Komisch. Naja, auf jeden Fall laufe ich mal ein Stückchen und drehe ich irgendwann rum und hoffe, dass ich mich nicht verlaufe. Ich kenne hier ja nix. Es sieht alles gleich aus. Wälder, Bäume, ein paar Gräser. Das war's. Wenig Leute unterwegs. Ganz wenig. Naja, ich guck mal, wie ich hier weiterkomme. Auf jeden Fall ist die Spudderung gut. Ich laufe, laufe, laufe. Das ist der Plan. Und die Umgebung ist echt angenehm. Wirklich sehr angenehm im Vergleich zur Sonnenallee beim letzten Mal. Sehr angenehm. Mittlerweile habe ich mal gedreht. 50 Minuten bin ich jetzt unterwegs. Insgesamt mit im Wald rumgurken, zum Wald hinlaufen und so weiter. Also, das heißt, 50 Minuten habe ich schon hinter mir. Ich muss noch gut 25 Minuten laufen, damit ich zu Hause ankomme. Ich melde mich dann gleich. Gerade anstrengend. Ich bin jetzt aus dem Wald wieder raus. Unter der Station Baumschulenweg bin ich und laufe jetzt nach Hause. Damit man sieht, dass ich überhaupt in Berlin bin, hat man gar nicht die ganze Zeit gesehen. Es war so bewaldet alles. Ich habe jetzt noch ungefähr 600, 700 Meter vor mir. Dann melde ich mich, wenn ich an der Tür bin. Ganz schön laut. Bis dann. Ich bin jetzt in meiner Unterkunft angekommen. Stunde 15 bin ich gelaufen heute durch den Spreewald und wieder zurück. Jetzt gucke ich, dass ich schön in die Dusche komme. Und dann ist alles gut. Sport gemacht. Abgehakt. Und ich sage, Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Nacht. hidden Musik Musik Reinhard